Wir können auch eine Menge andere Ziele erreichen. In Afghanistan, unbewusst, ich gehe ja nicht nach Ihnen, ich mache vorher im stillen Kämmerlein, gehe in Afghanistan mit damals Rupert Neudeck. Genau, Afghanistan, muss man vielleicht ganz kurz dazusagen, war euer erstes Projekt, oder? Das erste Projekt, das ihr gemacht habt. Das ist schon zwölf Jahre her oder so. Und da war Rupert Neudeck, der jetzt tot ist, der hat gerade Panamur gemacht, der hat die Grünhelme gegründet und so weiter. Also wirklich einer der größten Menschenretter. Und von dem habe ich eine Menge gelernt. Mit dem war ich mehrmals in Afghanistan. Insgesamt war ich fünfmal da. Und wir haben mitten im Krieg dann so 2009 eine Skateboardanlage dort gebaut, in Karoch, in der Provinz Herat, an der iranischen Grenze. Und es gibt auch ein schönes Auslandsjournal. Von, da bin ich ganz stolz drauf. Und da haben wir nebenher gemerkt, wir tun automatisch unglaublich viel für die Mädchen. Obwohl das kein Mädchenkonzept war. Weil das Skateboarden hatte halt noch nicht so ein Image. Als Jungensport. Jetzt sind zwar hier nur Jungs gefahren, aber für die Mullahs und für die afghanische Bevölkerung war das kein Jungensport. Und da sich die Mädchen, weil die sonst nicht so Sport machen können, als erstes in der Schule da drauf gestürzt haben, hatten wir auf einmal mehr Mädchen auf dem Skateboard als Jungs. Und dann sah das für die anderen aus wie ein Mädchensport. Und auf einmal hatten die Mädchen, das waren dann die Skateboarder. Und da konnten wir mit den Mädchen arbeiten und den Selbstbewusstsein und so aufbauen. Und das war wunderbar. Da muss man halt flexibel sein. Dann sieht man, okay, dann gehen wir jetzt hier, gut, in eine Wohlstandsgesellschaft oder Überflussgesellschaft wie Deutschland, muss man dann halt ganz anders umgehen, als mit den afghanischen Kindern. Und wenn man bedenkt, die haben ja nicht so das Problem wie hier, dass das fremdbestimmte Lernen, so 24 Stunden, sondern die müssen dann mitarbeiten oder die kommen jetzt auch ab, ich habe keine Zeit und sitzen auch in der Ecke rum. Dann heißt das, da müssen wir nicht die Selbstsozialisation fördern und das selbstbestimmte Lernen. Die lernen selbstbestimmt sehr viel. Dort können wir mit dem Skateboarden dann die Inhalte verbessern beim selbstbestimmten Lernen. Also A, Persönlichkeitsbildung stark machen, intrinsische Motivation, Leistungsbereitschaft und so weiter, das alles. Aber nebenher auch, wenn so ein Kind plötzlich und dann noch durch selbstbestimmtes Tun irgendwas hat, was das besser kann als der Muller, als der Dorfälteste und die Eltern, ja, was gibt das für ein Selbstbewusstsein? Und mit diesem Prinzip arbeiten wir dann da. Und ob dann ein Coach, die zusammenholt und sagt, so, wir machen uns jetzt erstmal warm und so ein bisschen Schule spielt, das ist mir dann auch scheißegal, weil das ist dann nicht das Problem, was ich lösen will, dass es zu viel Schule gibt und was der Schule entgegensetze als Ausgleich, sondern da gibt es gar nicht zu viel Schule. Also können wir da sogar das Selbstbestimmte lernen bis zu einem gewissen Grad, weil auch die Erwartungshaltung dann von den Kindern da ist. Die gehen ja gerne zur Schule, ist doch was anderes wie hier. Die sehen doch ihre Chance und für die ist das dann nicht nervig und wir sagen ja nicht, du musst dich jetzt hier konzentrieren. Nein, auf einmal können wir da, ich sag mal so, wie wir hier nie arbeiten würden, können wir denn da arbeiten und das macht Sinn. Das ist eine sehr komplexe Sache und so stellen wir uns individuell auf jedes Land ein. In Syrien, ja, da sind wir ähnlich vorgegangen wie in Afghanistan und da, ich sag mal, ihr Mädchen als Jungs in Damaskus heizen dann bei uns in dem Skatepark rum. Ich sag mal,